Andi Seifert, jetzt ist der Morgen nach dem ersten Bubble-Spiel hier in Po. In einer Nacht Abstand, was ist dein Blick auf das Spiel? Wie sieht dein Fazit aus? Ja, natürlich schon ärgerlich, weil wir das Spiel eigentlich in der ersten Hälfte kontrolliert haben. Gestern war das große Thema offensiv über uns. Ich fand, es waren gar nicht so viele, es waren nur einfach schlechte Zeitpunkte, als sie passiert sind. Dann war die zweite Halbzeit leider so, dass wir nie wirklich näher als vier, fünf, sechs Punkte rankamen. Deswegen auch, wie ich gestern schon gesagt habe, kommt ihr mit der Montenegro die 14 Minuten, die es dann irgendwie durchgespielt haben. Wie zufrieden warst du mit dem Einsatz? Ihr wolltet ja mit viel Energie auftreten, das war der Plan von vornherein. Ja, ich glaube, das kann man uns jetzt auch nicht abstreiten gestern. Also wir haben natürlich auch viel probiert, haben die Defense ein bisschen umgestellt, haben dann dadurch auch vielleicht ab und zu die Zuordnung verloren, aber wirklich mit Tempo gespielt, wie wir wollten, mit Einsatz gespielt und wir, glaube ich, auch eine tiefe Rotation gehabt gestern. Von daher, ja, ich glaube, das hat gestimmt. Für dich war es das 50. Länderspiel, das war für dich so ein Meilenstein, den du dir noch gesetzt hast, den du noch erreichen wolltest. Wie fühlt es sich an, wenn du es jetzt geschafft hast? Ja, es war auf jeden Fall ein Meilenstein. Schade natürlich, dass man hier jetzt nicht mit einem Sieg grünen konnte und auch generell natürlich in der Bubble jetzt ohne Zuschauer und so, so ein bisschen natürlich ein anderes Gefühl als ein normales Länderspiel, aber nichtsdestotrotz ist schon, ja, so ein Ziel, das es mir immer gesetzt hatte und schön ist, da recht zu haben. Kannst du dich noch an das erste Länderspiel erinnern? Ja, das vergisst man natürlich nie. Es war in Österreich 2012, da hat es mit dem Sieg geklappt und auch zum Glück genau direkt mit den ersten Punkten auch, also das war etwas erfolgreicher, ja. Dann hoffen wir mal, dass da noch einige dazukommen, zum Beispiel das Morgen gegen Frankreich. Wenn du jetzt auf das Spiel morgen blickst, was für ein Team erwartet euch da? Ja, auf jeden Fall ein athletisches Team, ein Team, was, ich sage nochmal, im Vergleich zum letzten Fenster ein bisschen anders aussieht, das gestern auch gegen Großbritannien mit über 20 Punkten gewonnen hat, also was, ja, auch schon eine bestechende Form hat, also es wird auf jeden Fall nicht leichter als gestern. Nichtsdestotrotz, wenn wir hier in der Bubble auf jeden Fall mit einem Sieg rausgehen und mit einem guten Gefühl auch dann die Heimreise antreten. Was glaubt ihr, wie ihr erfolgreich seid könnt oder wie wollt ihr erfolgreich sein gegen dieses französische Team? Thema wären auf jeden Fall wir die Rebounds sein, vielleicht sogar noch mehr als gestern. Dann natürlich auch diese Physis so zu matchen, das ist, glaube ich, in Frankreich immer ein Thema, weil sie schnell spielen, weil sie halt athletisch spielen. Und in der Offense, was gestern eigentlich ganz gut lief, fand ich, diese Balance zwischen innen und außen zu finden, das wird uns am Morgen, denke ich, auch helfen und halt aus eigenen Stops wirklich schnell nach vorne zu spielen. Wenn wir das morgen ein bisschen besser hinkriegen, denke ich, sieht es ganz gut aus. Super, vielen Dank und dann viel Erfolg für morgen. Danke schön.